Im letzten Part hatten wir ein heftiges Duell gegen einen übermächtigen Samurai. Ja, da war er wirklich sehr strong und mal gucken, was ihr jetzt eher in der dritten Zone erwarten würdet. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. Und ihr habt es bestimmt schon bemerkt, ich habe... ja... Okay, guck, meine Waffe ist gerade weg, ich bekomme also eine andere Waffe. Ich bekomme den Schwabber, ach nein, ich hasse Schwabber, nein. Mit dem Schwabber kannst du kaum kämpfen, Alter. Du kannst damit nur schwappen, Alter, mehr kannst du gar nicht. Das wird so böse, ich sag's euch. Aber gut, das hier... Komm, mehr, Alter. Ja gut, der Schwabber ist strong, aber... Naja, das ist hier eine Waffe, die ich am liebsten spielen würde. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, ich habe ja teilweise meine Punkte verbraucht. Und ja, auch hier... Auch dieses... ach, wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Ich werde mir das nicht... Ist ja im Monat oder irgendwas? Ach, keine Ahnung. Und ja, es geht zwar, ich habe sie wirklich verbraucht. Ich habe nämlich mir was geholt. Und zwar habe ich mir den Tankbearbeiter anlassen auf die zweite Stufe, weil ich das halt brauche. Ähm... Los geht's, hoch, hoch, hoch. Hoch. Ich muss da hinkommen. Ey, komm her, Alter. Los, fahr runter. Danke. Danke. Ähm... Komm ich da rüber? Ich komm wieder rüber. Was ist das? Ja, jetzt komm ich rüber. Aha. Moment, das sind Punkte. Wertvolle Punkte. Da ist auch noch was. Moment. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo, der bemerkt mich nicht mal. Was ist denn das für ein heftiger Bastard, Alter? Ähm, ja. Er bemerkt mich gar nicht. Oh, meine Fresse, ist der dumm wie einer eins. Hier bin ich. Danke, er hat mich bemerkt. Endlich. Oh, ja, wir haben es geschafft. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Darüber mit dir, Lodosch. Alter. Danke. Oh, Punkte. Den Punkt, den Aufwand betrieben. Ja, moin. Läuft bei mir. Hallo. Hallo. Oh, so daneben, Alter. Herr Nick, dass du so schlecht bist. Ha, ha. Na dann. Nächste Etage. Ich muss mal gucken, dass wir den auch verarschen. Irgendwas zu holen? Ne. Ne. Hallo. Genau, perfekt. Und jetzt drauf. Hat doch funktioniert. So, jetzt gucken wir uns hier mal schön um. Na, was haben wir denn da? Da haben wir ja Punkte. Habe ich schon mal bekommen. Hallo. Hallo. Einmal runter, bitte. Er hat auf jeden Fall meine Worte erhört. Jetzt müssen wir die Frage kommen. Oh, ne. Kommen wir hier rüber. Hat auch gar nicht bemerkt. Worte, Depp. Da ist auch was. Aber es bringt uns gerade nichts. Tun wir den noch umbringen. Moment. Alter, den Kack, wenn ich umbringe. So was von hart. Komm her, Alter. Den bringe ich mir so was von oben. Den bringe ich zur Strecke, Alter. Oh. Danke. Ist ganz schnell weg. Er hat mich nicht gesehen. Er kann mich gar nicht gesehen. Er ist so fett, wie er ist. Hallo. Oh, ja, Alter. Der wird mich nicht finden. Ähm. Hallo. Ausch. Danke. Danke, dass du tot bist. Der taue ich hier ab. Ich bin weg. Tschüss. Ich bin Baby. Weggehe. Ist das da irgendwas? Nee, das ist irgendwie nichts. Oder? Wo sind die Secrets? Hier ist es jedenfalls nicht. Okay. Aber mal gucken. Hier solltest du aufpassen. Oh. Oh. Ja, definitiv. Hier solltest du aufpassen, Alter. Die können töten. Moment. Wenn ich es schaffe, den zu treffen. Alter. Eins. Zwei. Hier sehen sie mich nicht. Wie jedenfalls. Und jetzt. Erstmal ablenken. Hat ja gut funktioniert. Oh. Hat echt gut funktioniert hier? Ich hätte gedacht, dass es so gut funktioniert. Mein Plan hier. Hätte ich gedacht. Moment. Das sind nur Punkte. Ja. Okay. Gut. Einmal zerstören. Danke. Schauen wir mal weiter. Was finden wir? Wir müssen was anderes. Ah. Ist so aus. Sehr gut. Der Idiot. Hallo. Sowas von hier. Gebackstabt, Alter. Sowas von hart. Na ja, verdient. Definitiv. Oh. Da ist jetzt zu finden. Wird interessant. So. Ganz schnell gucken. Jetzt will ich erstmal die Runde drehen. Hallo. Hey. So. Hoch. Yes, Alter. Danke. Für den Boni, Alter. Den Boni noch. Halte ich mal so gerne mit hier. Okay. Den Boni haben wir gut mitgenommen. Ich würde sagen, wir können eigentlich abspringen. Ah. Also noch zu dem da hoch. Ob ich das auch schaffe, ist die Frage. Bei dem hätte ich mich ganz schön auf ein Duell einlassen müssen. Soll ich ihn lokalisieren? Geht's ja. Aber wenn ich mich lokalisiere, dann wird's übel. Moment. Wow. Das war böse. Das ist doch was. Das war's. Das. Boni. Oh nein. Der wird mich jetzt so bemerken. Sowas von. Hab ich die bemerkt? Meine Güte. Was ist denn das für ein Kek? Oh, 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 oh. Das, das, das war brutal. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Alter. So, wir sind eigentlich mal drüben. Das war eigentlich ein unnötiger Tod, mal so erwähnt. Na dann, wollen wir uns mal mit euch anlegen, ihr Bastarden. Naja, das sind wieder welche, die sich noch... Ach so, ich sehe hier und sei dir, ähm... Danke, dass du gestorben bist. Wir haben echt noch keine Siegwitz gefunden. Was sind die denn hier eigentlich versteckt? Da, mit der Walter. Komm her. Okay, gut, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Da ist nichts. Ich guck mal, ob noch irgendwas hier ist, bevor wir... Ja, wir können hier eigentlich runterholen. Ähm... Danke. Ist das da irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich gar nichts, überhaupt zu holen. Ist wirklich gar nichts, WTF. Wir haben auch nicht mal ein Siegwitz gefunden. Wo sind die denn? Ach, meine Fräse, Alter. Wo sind denn die Siegwitz? Garantierbash, wahrscheinlich wird meinem Dub-Geschützlein eh besser klarkommen. Ähm... Ähm, ja. Moment. Wow. Ähm... Gibt es da nicht auch nicht mehr erkunden können? Nee, gibt es nicht. Wir gehen einfach durch. Einfach mitten durch. So, wir holen hier erstmal raus. Aber wo ist denn die... Das Script-Ding? Wo ist denn das jetzt geblieben? Das Siegwitz ist echt böse versteckt, nicht wahr? Da unten. Da ist es. Alter, echt mies versteckt, Alter. Da machen wir mal weiter mit der nächsten Aufgabe. Jäger und Gejagte. Der Titel klingt ja schon mal sehr einland. Okay. Den Helden Doppler. Endlich mal Action hier wieder. Jetzt wird gejagt, Alter. Ja. Ich bin der Jäger und das sind die Gejagten, Alter. Und der hat mir gleich mal einen Ausdruck zu schossen. Was für ein Big Star, Alter. Danke, ist wieder angelegt. Weiter geht's. Ich bin der Jäger und... Okay. Das heißt, wir müssen den Typen jagen. Okay. Gut, zu wissen. Er kann ja auch nicht weit kommen. Oder? Ja, er kann nicht weit kommen. Na ja, der wurde gejagt und gefangen. Tja, ich schwange halt hier hinten ein. Es gibt niemanden, der mir entkommen kann. Ah, ah. Okay, gut. Der könnte mir entkommen, aber der wirft ja nur Bomben. Er kann auch nicht. Wir müssen nur den Weg abschneiden, dann ist es eigentlich alles gegessen. Das heißt, wir müssen einfach nur alles hier wegpackieren, was geht. Und dann kann er mit gar nichts. Und dann großen Tank geht's ja. Ein bisschen einfacher hier. Da habe ich mehr Spielraum hier mit unseren Fähigkeiten, was das angeht. Der muss raus vorher. Damit der existiert, geht das nicht. Stopp! Der ist dort. Wir müssen ihn da von der Seite jagen. Ah. Wir können also damit triggern. Oh, so geht's triggert, Alter. So einfach kann's gehen. So einfach kann's gehen. Da oben ist nichts. Schade eigentlich. Ist hier irgendwas? Ich meine, wenn hier schon so Netze sind, dann kann da noch ein Secret dort irgendwo sein. Oder ist es hier gar nichts. Das hätte fast Türchen können. Der wird schwer werden zu fangen. Sehe ich jetzt schon, wenn da oben einer ist. Ist da ein Secret? Nö. Also können wir uns jetzt hier mit dem beschäftigen. So, wo bist du? Du bist tot. Ey. Yes. Danke. Da ist doch irgendein Gegner. Ach komm. Yes. Erwischt. Es war eine harte Nuss, aber wir haben sie geknackt. Ja, mean. So, jetzt sollen wir uns in aller Ruhe die Secrets. Einfach ganz gechippt mitnehmen. Ich meine, warum sollen wir uns hier jetzt Gas geben? Ist in der Ehe fertig. Ich habe jetzt die Aufgabe in dem Bereich. Nächster Bereich. Aber jetzt können sie eigentlich in die Secrets kommen, oder? Ich vermute, sie soll langsam auch auftauchen werden hier. Ich muss nur genau gucken. Ey. Danke, dein Schild ist eng zerbrochen, Alter. Hey. Hallo, hallo. Ah, was haben wir denn da? Das sieht mir ja verdächtig aus. Ach, nur ein Coupon. Ging sowas jetzt an? Habe ich jetzt meine Zeit vergeudet? Frechheit. Nein, wirklich. Das ist eine Verarschung. Dafür wird es vollkommen verarscht. Okay, wir sind da lang. Nehmen wir das mal. Ich hätte gerne darüber auch gekonnt, aber das dürfen wir scheinbar nicht. Ah. Moment. Kiemen wir das auch noch? Nein, leider nicht. Aber das kriegen wir. Die starken Octarianer sind noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, wobei die kommen dann wahrscheinlich dann im späteren Verlauf dieser Abschnitt ist auch so langsam zum Tragen. Den haben wir erwischt. Oh Gott. Alter, ob es genommen. Mal gucken. Ist das noch ein Secret oder eher weniger? Ist das noch raus, oder? Ich denke, es sieht sehr Secretarm aus hier, wenn man sich genau umguckt. Gar nichts. Das verwundert mich. Na echt, wir sind da. Ich dachte schon, wir kommen da gar nicht hin. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Oh, jetzt kommen wir da hin. Okay, jetzt noch ein bisschen Bereich. Ah, jetzt kommt das. Ich glaube, die sind hier irgendwo. Ich glaube, es ist wirklich da. Da ist doch was. Da haben wir aber schon was gefunden. Den Zerberchen mit Harko werden. Weil der versucht abzuhauen, aber wenn wir ihn jetzt derweil jagen, wird er nicht mehr weit gekommen. Er kann ja nicht auf unsere Tindeschnelle laufen. Das heißt, immer schön in die Falle locken. Immer schön in die Falle locken, Alter. Na, was machst du jetzt? Du kommst hier nicht vorwärts. Yes! Wir haben ihn erwischt. Den da unten kriegen wir auch. Da müssen wir sowieso hin. Also von daher würde ich sagen, gehen wir uns mal kurz das erledigen. Hallo. Na, was haben wir denn da? Ist das eine Schriftrolle? Oh mein Gott, das ist eine Schriftrolle. Secret. Eingesammelt. Gut, dann schauen wir mal, dass wir noch die andere Sache finden. Dann haben wir das Level auch fertig. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Checkpoint. Okay. Noch nicht Finale. Gut. Ach, mach den raus. Alter. Ich weiß nicht, wie kann man auch da drüben, aber egal. Ich komme hier vorwärts. Ich hing fest. Was willst du auch machen? Was willst du in der Situation machen? Erklär mir das. Jetzt geht es Finale los. Jetzt muss gefeiert werden. Ich muss jetzt eigentlich alles erlauben. Ich frage es echt, wo der Secret ist. Oh nein. Wenn die jetzt jagen müssen, und das wird schwer. Die kriegen die am besten in die Falle gelockt. Wir müssen uns sagen, hier irgendwelche Shooter sind, wird schwierig. Den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Ja, und nach oben ab. Das könne klappen. Wenn sie alle nach oben jagen, haben wir eine Chance, sie einzukesseln. Alter. Schnell. Lad auf. Lad auf. Oh mein Gott. Den sind da in die Falle gegangen. Okay, den haben wir schon mal erwischt. Aber es ist noch einer am Leben. Ich bin auch mit dem Ballon. Da lebt einer. Den zu fangen wird schwer, aber wir kriegen ihn auch. Ist ja so, dass ich den nicht in die Falle locken kann. Einfach die Panik verbreiten. Ha. Haben wir also alle erwischt oder fehlt noch einer? Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist, was wir jetzt hier noch herausfinden müssen. Ah. Ja, Schwamm-Raketen hätte uns wahrscheinlich auch viel gebracht. Aber hey. Alles für die Punkte. Ah. Secret accepted. Und dann haben wir auch dann das hier. Weiter mit uns. Oh, wir nehmen das mit so. Abgeschlossen. Darf ich mir vorstellen. Mission 11 abgeschlossen. Das heißt, im nächsten Fall. Ne, im nächsten Fall. Ne, wir machen noch. Ich muss ja zwölf. Ich will eigentlich das beenden, aber. Sonst kommen wir mit dem Parti voran. Deswegen müssen wir sagen, wir machen noch ein Level drauf. Und dann haben wir es. Okay. Wenn er jetzt keine Böder auch gestellt hat. Das weiß man jetzt nicht genau so. Menü. Nummer zwölf. Und drüber mit uns. Okay. Ich brücke der Octarianer. Das wird interessant. Was kriegen wir für eine. Die Helden habe ich so ein Bein. Okay. Dann gehen wir die Helmwaffe benutzen. You said it, Arty. Ach, Alter. Macht das fun hier. Ich kann mich daran erinnern. Das war so richtig fun immer gewesen. Das war wirklich immer fun gewesen. Das Level hier. Weil diese Idee. Oh, sowas von Surprise. Bustix mich mal hingenommen, Alter. Sowas von hart. Das glaubt man, wie gut das war. So, Nummer eins ist raus. Du auch. Alter, ich habe sie alle Obst genommen hier. Nice. Gibt es da sonst noch irgendwas? Ne. Wir können weiter. Ja, das wird ein Spaß hier. Du brauchst auch eine Luftpatratze? Also zu vollen Zwecken, ja. Ähm. Danke. Danke, what? Hoch mit uns. Danke. Alter. Ich habe ein Run-Skills. Wir wollen gelernt sein hier. Okay, hier sind Kisten und ich vermute mal, wir müssen da auch, wenn wir noch was haben wollen. Ja, komm. Why not? Ich bleibe schon mal den davor. Oh nein. Oh nein. Der ist auch wieder da. Hey. Wo willst du Tinten-Vieh? Hierher. Den haben wir erwischt. Ich glaube, das war eine dumme Idee, oder? Das war eine mega dumme Idee. Hallo, ähm, ja. Oh, nicht ganz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir haben das Secret schon mal. Äh. Ja, ihr könnt es auch machen. Ich weiß, ihr könnt auch bouncen. Ne, davon aus kann ich bouncen hier. Ist das das Ziel, oder wo ist das Ziel? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich frage jetzt, wo wir langen müssen. Ähm, ja. Ich muss den da erwischen. Oder geht es da runter? Ich weiß nicht, ob das da sicher ist. Ich habe keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir da nein. Ne, da sind wir nicht sicher. Danke, du bist raus. Nicht schlecht. Ja. Ich muss nur noch da durchboxen. Die Frage ist, wo der jetzt hinguckt, Alter. Hallo. Hey, hierher. Dein, dein Kollege. Danke. Wir gucken mal, was hier oben ist. Das wird ja auch nicht so zur Dekoration nur dort sein. Da ist nix zu holen. Da ist was zu holen. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall da noch hochklettern. Ich habe das Gefühl, ja, jetzt haben wir alle Sequence. Jetzt können wir Gas geben. Jetzt können wir richtig Gas geben, bis wir uns hier fährt mit allen Sequence. Äh, ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ähm. Ich nutze es ab. Ich nutze es ab. Oh mein Gott. Die Bonusruhe ist so verkackt, Alter. So verkackt, Alter. Das war... Ähm. Ähm, ja. Den haben wir erwischt. Ich kriege den Boni, nee. Wieso kriege ich den Boni nicht? Danke. Ich kriege den überhaupt nicht, Alter. Ich wäre so verarscht gewesen, wenn ich den nicht bekommen hätte. Aber den Boni bekommen haben... Das ist ja... Oh nein. Ah! Alter! Ein... Ein Octo-Sniper auch noch. Der hat mir wohl gerade noch gefehlt, Alter. Ah! Danke. Oh Gott. Aber dieser Octo-Sniper, der war jetzt wirklich sowas von noch... Bitter nötig, hä? Ich meine, komm, übertreib noch mal ein klein wenig und hau noch einen Octo-Sniper rein. Funktioniert ja wunderbar. Das ist das Trigger überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, wie komme ich darauf? Das kann ich überhaupt nicht triggern. Aber ey, der wäre abgeschlossen. Wir haben drei M-Sohnen in den Part geschafft. Passt. Und wir müssen sagen, bin ich den Partnersteller, oder? Im nächsten Mal geht es dann hier weiter. Kommt, wenn... Werde nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und natürlich... Emerald Control. Bis zum nächsten Mal.